moin und hallo willkommen auf meinem kanal ich bin hermann und schön dass ihr wieder eingeschaltet habt auch in diesem video habe ich die isika ig 600 mit dual linse und die cy 70 im einsatz dieser junge amsel-ästling postiert sich schön vor der isika ig 600 dass er ein jungvogel ist kann man gut erkennen also er ist ein bisschen voluminöser und natürlich ein hauptaugenmerk ist dass er noch die gelben ansätze am schnabel hat dies scheint eine junge drossel zu sein was futter erbeten möchte von dem elterntier aber dem elterntier interessiert es nicht auch die zecken möchten hier fressen also versteckt sich diese unter dem federkleid diese gehen natürlich auch uns menschen an darum ist es wichtig sich abzusuchen ob sich nicht eine zecke versteckt hat ich hatte vor kurzem ein vermutlichen zecken bis wo die rötung sich ausprägte in einem kreis von ungefähr fünf zentimeter durchmesser da haben wir dieser bis sehr komisch vorkam bin ich natürlich zum arzt gegangen und er verschrieb mir antibiotika man hört auch immer wieder sehr interessante rufe im wald des nächtens hierbei habe ich ein problem es zu bestimmen könnt ihr mir dabei helfen was das vorhin war der diese geräusche gemacht hat bis jetzt versuchünft als auch hier interessante laute aus dem wald aber das wird wahrscheinlich ein waldkauz sein bei diesen ästlingen kann man auch noch mal gut die gelben schnabelwinkel sehen was sie ein bisschen mürrisch aussehen lässt die drosseln sind eine sehr artenreiche familie die zu der ordnung der sperlingsvögel gehört die körperlänge variiert zwischen 15 zentimeter wie bei der zwerg musen drossel bis zu 35 zentimeter bei der riesen drossel dadurch ergibt sich eine gewichtsspanne zwischen 20 bis 150 gramm drosseln leben sowohl auf bäumen als auch am boden die nahrungssuche erfolgt überwiegend am boden aber auch in bäumen und im gebüsch die drosseln fressen auch bären deren samen werden dann unverdaut ausgeschieden so werden denn halt die pflanzen auch weiter verbreitet dies ist vermutlich eine heckenbraunelle die heckenbraunellen sind ungefähr bis zu 15 zentimeter lang was sie denn etwas kleiner erscheinen lässt wie den sperrlingen die familie der drossel ist weltweit verbreitet und sie wird in 20 gattungen unterschieden ihre familie umfasst 175 arten das soll es auch für heute wieder einmal gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen und gibt mir ein like dafür lasst doch gerne ein kommentar da und dass ihr nichts mehr verpasst wenn ich ein neues video hochgeladen hat lasst doch gerne ein kostenloses abo da und drückt natürlich auch die kleine glocke daneben denn heißt es für mich nur noch zu sagen bleibt schön gesund und bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss